Guten Tag, mein Name ist Clemens Rosenbaum, ich bin Oberarzt der Urologie im Asklepios Klinik Barmbeck und Schwerpunkt unserer urologischen Abteilung hier in Barmbeck ist einmal die Krebstherapie. Dabei behandeln wir Tumore der Nieren, des Harnleiters, der Blase, der Prostata, der Hoden und des Penis. Wir setzen konsequent auf modernste Technologien, wie beispielsweise die MRT-Fusionsbiopsie im Falle eines Prostatakarzinom-Verdachtes, genauso wie auf die robotische Chirurgie bei Nierentumoren oder bei Prostatatumoren. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Abteilung ist die funktionelle Urologie. Wir behandeln vor allem die gutartige Prostatavergrößerung sehr häufig, genauso behandeln wir aber auch Harnröhrenstrukturen, Nierenbeckenabgangsengen oder Harnleiterengen. Wir setzen ähnlich wie in der Uro-Onkologie dabei konsequent auf die modernsten Technologien und ähnlich wie in der Uro-Onkologie sind wir dabei häufig mit unter den ersten Kliniken in Deutschland oder sogar weltweit, die neue Technologien umsetzen. Meine Schwerpunkte sind einmal die Uro-Onkologie, also die Therapie von urologischen Krebserkrankungen, genauso wie die rekonstruktive Urologie. Die rekonstruktive Urologie befasst sich mit der Wiederherstellung von angeborenen oder ärztlich bedingten Verengungen des Harnsystems, beispielsweise Nierenbeckenabgangsengen, Harnleiterengen, Blasenauslassverengungen oder auch Verengungen der Harnröhre. Die Harnröhre Die Harnröhre Die Harnröhre Untertitelung des ZDF, 2020